hallo leute und herzlich willkommen wieder zu einem video auf meinem youtube kanal und heute sind wir mal wo ganz anders als sonst wir sind nämlich in einem neuen spiel das spiel ist eine beta version wie ich hierhin gekommen bin ist ganz einfach ich bin auf dem schönen kreuzfahrtschiff gewesen ich habe die reise gewonnen gehabt und naja auf jeden fall ist irgendwas schlimmes passiert an bord dieses bootes und wir sind dann irgendwie gekentert das boot ist untergegangen und ich bin aufgewacht auf dieser palette ihr paletten hier und ja das ist es ganz einfach wir können hier immer wieder sachen einsammeln holzbretter fahren oder wie das auch immer ist oder solche fässer da drüben um unsere insel hier auszubauen das problem ist der hei da drüben kommt ab und zu mal hierher und greift dieses boote an es ist nicht immer so teuer es gibt ja auch diesen haken jetzt um das zu machen aber ich bin irgendwie so unfähig das zu machen habe schon versucht auf jeden fall da wir unsere sachen schnell verbrauchen würde ich sagen wir machen das mal weiter hier ich hatte das problem mit dem ach das ist ja b vergesst das immer wieder dann kriege ich nicht mehr egal so b können wir uns das grafen jo ok und jetzt brauchen wir noch dieses teil so und das stellen wir jetzt hier hin mit e füllen wir das ganze und und ist auch wieder mit e rein ich bin so gewöhnt es ist ein bisschen wie arg oder minecraft so niss macht aber dass man dann auf dem meer ist schon geil oder kommt wieder ein tank die tanken fast was will ich da ja und stutt zu mir her ganz viel kurscht und ich habe heute sogar die schöne musik für den hintergrund rausgesucht die hat mich recht angesprochen ok wir haben jetzt viel holzen so ein ne das eisen ist vielleicht noch richtig das brauchen wir ja eisen brauchen wir wirklich weil sonst schaffen wir diese sachen hier nicht so b wie war das müssen wir so lassen so und jetzt wieder rein zack ok was haben wir willkommen oh ich weiß gar nicht was das ist auf jeden fall was da drüben hol ich mir auch mehr oh gott das war nah am risiko ok schnell weitermachen was brauchen wir nein das brauchen wir sowieso gleich wieder das weiß ich dann machen wir das hier hier hin so oder wer haben wir irgendwas was wir kochen könnten nein haben wir nicht essen es reicht noch aber unsere leben sind recht gering dann würde ich jetzt sagen wir machen uns diesen hammer und wir machen uns das hier da brauchen wir noch mal oh nein eisen fehlt uns noch ok jetzt wirst wir genug haben wir machen das hier so hin was fehlt uns wo nein kommen ja zack ok denn sechtern wieder mal ran ohohoho das war knapp hm wer macht das da ok ähm wir brauchen die oder wie Das da. Das haben wir alles, wir wollen aber an, 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 an... So. Ich müsste nochmal kurz eins machen. Drei von denen. Eins, zwei, drei. Oh. Geilen wir uns schnell. Zack. Kommst du her? Nein. Ja gut, das stimmt. Wir haben das auch nicht mehr so weit. Aber zeigen wir uns die Fässer. Vieles von diesen Sachen wird ja hier drin gespeichert. In diesen Netzen, das heißt, es fängt das Ganze auf. Uh, jetzt haben wir ganz viel. Palmsie, das ist natürlich geil. Okay. Da kommt ihr gleich vorbei. Kommt schon. Ja. Kann man sich her... Oh. Das Holzbrett will ich noch und dann machen wir weiter. So. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir haben das hier alles schon. Ähm. Ja. Wasser sollte ich mal wieder zu mir nehmen. Fuck. Wieder kochen. Wow. Oh. Ähm. Nimm, 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 nimm. Ein paar von denen hier. Okay. Ähm. So. Nein. Den Hammer. Und dann machen wir das hier so hin. Oh. Schnell wieder hier hin. Zack. Jetzt. Oh. Der fehlt uns jetzt. Ist da hin? Dann kann ich da hin. Gut. Dann gehen wir jetzt schnell wieder da rein. So. Und jetzt haben wir schon. Ein recht großes Stück hier. An Fläche. Ne, gut. Ich gebe es zu. Ich habe davor schon einmal angefangen. Das heißt, ich wusste schon wieder ein bisschen wie es ging. Erst da hinten, dann geht das. Oder kommt gleich ein Fass. Das ist natürlich geil. Hm. Ich brauche das hier. Was brauche ich dafür? Vier Stück. Rechte nicht ganz. Ja. Fuck. Alles her. Ja. Das kommt eh hierher. Na gut, dann halt nicht. Okay. Ja. Komm her. Wie viel haben wir jetzt? Haben wir jetzt genügend? So. Ja. Um das hier zu machen. Drei von vier. Die wollen mich doch ärgern. Da fangts schon an. So laut. Genau das. Na ja. Komm jetzt. Bin ich voll oder? Nein. So. Oh, der kommt gleich ein Fass. Das ist natürlich cool. Und jetzt schnell wieder da hoch. Puhuhuhu. Da kommt er. Na. So. Ah ja. Wasser. Natürlich. So. Und jetzt machen wir weiter. Wir brauchen. Ich sammle viel zu viel Zeug ein. Anstatt, dass ich einfach mal was mache. Na gut. Dann lassen wir die Fässer müssen wir immer einsammeln. Den Rest. Da gucken wir jetzt mal, dass wir hier weiterkommen. Zack. Zack. Wow ist das groß. Und alles mit. Puh. So. Und jetzt haben wir hier dieses. Plant Seed. Genau. Okay. Und jetzt. W. Und dann. Diese Kartoffeln. Warten wir. Ja. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Das wird da rein und kochen. Habe ich jetzt irgendwas gegessen? Nö. Noch nicht. Aber als nächstes ist das Essen wohl dran. Oh. Guckt euch das mal an. Oh. Oder? Im Ernst? Da kann man zugucken beim Wachsen. Ist ja geil. Okay. Und jetzt. Hm. Jetzt bin ich dafür, dass wir noch ein paar von denen da machen. Okay. Oh. Ah. Das Eisen. Da vielleicht noch tun, um es zu haben. Zack. Dann können wir hier jetzt drum herum noch ein bisschen was machen. Zack. Ach. Schade. Was wir jetzt uns denn da machen? Natürlich das gleiche wie immer. Okay. 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 Mal noch mehr bauen. Nee grad noch nicht. Alles klar. Ist nicht schlimm. Aber was ich hier als nächstes hätte. Okay. Ähm. B nehmen wir das so. Oh. Ganz viel von dem Frauenzeug. Das brauchen wir immer. Ja. Alles klar. Da bist du die ganze Zeit am Trinken. Oh. Nein. Ah. Ich weiß nicht. Irgendwie. Das Spiel ist noch ein bisschen verpackt. Das kann passieren. Egal. 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 So. Hä? Oh. Wie weit. Das ist voll geil. So. Zack. Zack. Besser sind schon jetzt keine mehr gekommen. So. Damit wir hier mal ein bisschen weiter bauen können. Ähm. Das ist irgendwie so anstrengend. Alles klar, brauche ich jetzt aber noch eins, hätte ich gern, dann könnte ich wie als nächstes Ich habe das Gefühl ich bin so am karibischen Meer, da waren die Musik im Endeffekt Ja, genau, da war doch vorher kein Hai Alles klar, das heißt man hat im Prinzip nur einen Versuch, okay Geh mal durch den Das ist auch ein bisschen doof, finde ich, naja Wir haben halt nicht ganz diesen Fortschritt, aber da habe ich schon ein bisschen was gespielt, das heißt Das haben wir alles Zwei, ah nochmal Das ist ein bisschen A groß, braucht sehr viel Platz, naja Uh, besser Da rein, zack Am, 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 am Was bräuchten wir jetzt, ich würde sagen wir machen noch ein paar von denen hier Na, na klar Dieser Hai, ey Jetzt übelst du auf mich abgesehen Oh, er kommt wieder Da rein Am, 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 am So, was habe ich gesagt, was ich jetzt machen wollte Wir haben das A, also jetzt hätte ich gern noch ein bisschen Plattform Da kommt Na, mehr reicht noch nicht Naja, schade Ähm, ähm Oh, da kommt ja noch mehr Jetzt nehme ich alles Okay B wollte Ja Ach, geht Oh Wollte grad sagen, geht B nicht, aber das geht schon, man muss das nur in der Hand halten Ähm Genau Zwei Nein Nein Wir haben alles bis auf das, okay Jetzt ganz schnell Zack, zack Das ist auf Risiko, was ich hier mache Lebensgefährlich Man kann hier nicht mal seine Herzen irgendwie heilen Das ist ja das Traurige Okay Mhm Das hier Genau Jetzt machen wir mal das nächste sehen Aber jetzt machen wir erstmal hier so ein Teilchen Zack Landsteed Was wir als nächstes brauchen Ist unbedingt ein Fass mit Saar, äh für Holz So Das ist cool Wow, kann man da auch zugucken? Ja Man kann da leicht zugucken wie das wächst Schaut euch mal vor, ihr werdet in echt auf so ein Ding drauf Das ist ja Das ist ja voll krass, das wird nie so schnell wachsen Komm schon her Komm schon her Komm schon her Komm schon her Oh, nein Hab ich's jetzt? Ich hab's jetzt? Ah, Eisen Teil So Und jetzt? Wo ist das? Mhhh Fuck Komm schon her Oh, Essen, Alter Wollen essen Oh, fast Das ist gut Oh, fast Okay Und jetzt? Warte Na? Ich hab's Das nicht bekommen Irgendwie habe ich ein bisschen Hunger Ich hab Hunger Und ich kann nichts essen Weil ich nichts habe Komm schon Das müssen sie fast bauen oder so Oder dass sie ja nicht fertig werden Ah, alles Genau Wir planten einen Sied Und das andere braten wir Das wäre ja so sinnlos wenn du nur eins rausgekommen würdest Schnell Schnell wachs Wachse Uh, Wasser Können wir zumindest wieder ein bisschen weiter bauen Oh, wir können das auch noch weiter bauen Und dann wird's schon wieder auf Wasser haben wir noch hingemacht Gut, ähm So, was können wir jetzt machen außer auf dieses Fass warten Nichts Hm, wir warten einfach mal auf das Fass Oh, wir sind schon bei 20 Minuten Oha Okay, ich nehm jetzt noch das Fass Hauen wir noch was zum Essen rein Und dann binden wir hier das Video Leute, wenn's euch gefallen hat Dann gebt doch einen Daumen nach oben Und schaut gerne mal wieder bei mir auf dem Kanal vorbei Zack, planten Gut, es waren sogar zwei wo ich geplantet habe Cool Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Wenn's euch gefallen hat Wenn's euch gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben Schaut gerne bei mir vorbei Abonniert mich, wenn ihr es wollt Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao 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 Ciao